Ich laufe da rum. Warte mal. Hm, wer ist da? Ich. Komm mal zu mir bitte. Super. Freut mich dich kennenzulernen. Ich freue mich auch. Ich heiße Manu. Und du? Marty. Marty. Schöner Ball. Moment, ich muss mich ausrichten. Verfolgen und treten. Ja. Du Schnecke. Wieso lachst du? Ich lache nicht. Gar nicht so einfach. Du bist ganz schön langsam. Haha. Ausgeführt. 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 Schreib auf, woran du gerade denkst. Okay. Hm. Meine Hand zittert. Herz. Links, rechts. Noch ein Strich. Bin gleich fertig. Noch ein Strich. Bis mehr. Vielen Dank.